Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal wieder eine Mod-Review, beziehungsweise wir schauen uns eine Mod zusammen an. Ich dachte, wir machen da mal wieder eine First-Impression-Reaction draus. Ich habe mir nämlich gerade eine Mod rausgesucht, die ihr mir für mein Let's Play empfohlen habt. Und zwar ist das die LGBTQIA-Plus-Mod von Lumpinu. Ich muss das leider immer ablesen, weil ich möchte natürlich keine Buchstabe vergessen. Und dann habe ich Videos auf YouTube dazu gesucht. Und es gibt irgendwie nur so drei Videos. Also ich habe zumindest nicht viele gefunden. Und deswegen dachte ich mir, mache ich da auch ein Video zu, damit diese Mod eben mehr Aufmerksamkeit bekommt. Finde ich sehr, sehr cool. Deswegen schauen wir uns die heute gemeinsam an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also wie der Name schon vermuten lässt, geht es bei dieser Mod einfach um mehr Repräsentationen. Und dass man eben auch so Geschichten, wie wir sie eben gerade in meinem Any-Let's-Play haben, gut erzählen kann. Also eben zum Beispiel Trans-Geschichten. Deswegen wurde mir die Mod nämlich auch empfohlen, damit wir die Transition von Ray quasi gut erzählen können. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel hier spoilern. Aber falls euch das interessiert, schaut euch sehr, sehr gerne die Any-Lagacy an. Und ja, ich bin gerade ein Spiel gestartet. Ich habe ein Zimmer aus der Galerie runtergeladen und ein bisschen umgestallt. Und dann kam dieses Pop-Up hier. Welcome to Lumpinu's LGBTQIA-Plus-Mod. Sorry. Das ist aber auch so lang. Und hier steht eben, dass erst mal alles ausgestellt ist von dieser Mod. Ich habe übrigens noch keine Übersetzung dafür. Das ist jetzt noch auf Englisch. Aber vielleicht hat ja jemand von euch Lust, das zu übersetzen. Dann könnt ihr das sehr gerne in den Kommentaren teilen. Was hier aber basically steht, ist, dass wir das eben bei den Settings einstellen können, wenn wir eben irgendwas automatisiert im Spiel schon haben. Also, dass zum Beispiel mehr Sims mit mehr Diversität generiert werden und so weiter und so fort. Ihr seht schon, wir haben eine Menge Optionen. Wir werden in diesem Video natürlich mal wieder nicht alles angucken können. Aber ich habe trotzdem voll Bock, das jetzt mal mit euch als First Reaction anzugucken. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also, wir haben erst mal Orientation and Acceptance beziehungsweise Refusal. Oh mein Gott. Also, ich glaube, das ist ganz schön komplex, was man hier alles einstellen kann. Richtig krass. Aber das finde ich halt so schön an dieser Mod, weil man kann hier wirklich alles einstellen und so kann sich jeder gesehen fühlen. Man kann ja wirklich vom Spiel aus mittlerweile auch schon super viel einstellen. Also, man kann ja auch im Creator Sim die sexuelle Neigung einstellen und wie der Sim gekleidet ist, ob der Sim schwanger werden kann oder nicht. Und das finde ich auch alles schon super, super cool. Und hier mit dieser Mod ist das quasi noch eine Erweiterung für das Gameplay, was wir jetzt auch schon im Game haben. Und wie gesagt, für mich ist das halt super cool für meine Geschichte, wo ich eben eine Transgender-Geschichte erzählen möchte. Und da kann man eben die Transition super cool miterzählen. Wir können da mal, oh, ups, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Aber wenn wir jetzt auf den Sim draufdrücken, dann haben wir nämlich hier auch Optionen. Also, da kommen wir dann auch auf jeden Fall hin zurück. Also, wenn wir auf den Sim draufdrücken, dann kommen wir hier auf jeden Fall auch wieder zu den Settings zurück, die wir gerade aufgemacht haben. Finde ich auch sehr, sehr cool. Was ist bei Coming-out-Settings? Allow Coming-out-Systems if on. Sims can come out. Wow. Ich hatte ja schon mal so eine Mod, die so ähnlich war, wo man sich outen konnte. Aber das ist so viel komplexer. Und hier kann man jetzt, oh mein Gott, sogar einstellen, dass der Sim in the closet ist. Also, sich eben noch nicht geoutet hat. Oh mein Gott, wie fantastisch ist das denn? Das ist halt, also ihr wisst, ich erzähle halt super gerne Geschichten. Und da erzähle ich das halt immer einfach, ne? So, ja, er hat sich jetzt noch nicht getraut, sich zu outen oder sowas. Und mit der Mod kann man das halt wirklich auch im Spiel haben. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott, das ist halt auch so krass, ne? Hier steht jetzt, dass sie halt, wenn sie noch nicht geoutet sind, ihre wahre Identität einfach verstecken. Und dass es dann, wenn sie sich geoutet haben, alles sich ändert. Also so, dass es sich eben auch auf die romantischen Beziehungen und sowas auswirkt. Wie crazy einfach. Das finde ich auch cool. Man kann zum Beispiel das halt natürlich dann auch ausstellen, dass negative Vibes gegenüber eben einem Outing oder sowas, dass das ausgestellt werden kann, weil es ja auch triggern für manche sein kann. Das, also es wurde wirklich an alles gedacht. Super, super cool Self-Discovery-Settings. Es gibt ja auch so, oh mein Gott, unerwartete Crushes. Wie geil ist das denn? Das ist ja auch so fantastisch, wenn ich halt wieder irgendwelche Geschichten erzähle und wieder einen kompletten Plan ausgelegt habe. Und mein Spiel denkt sich dann so, äh, äh, nicht mit mir. Und dann kommt einfach so ein unerwarteter Crush ins Spiel. Ich lieb's. Und wenn man das dann anmacht, gibt's wieder tausend Möglichkeiten, die man einstellen kann. Hammer. Aber ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit in dem Menü aufhalten. Ich wollte mich eigentlich mit den anderen Sachen beschäftigen. Und zwar können wir, warte mal, was können wir hier machen? Quick Assignments, Change Orientation and Identity. Oh mein Gott, das ist halt einfach so perfekt für Ray. Und wie gesagt, da kann sich einfach jeder gesehen fühlen. Guckt mal, was es alles für Optionen gibt. Das ist so toll. Die Pronouns können wir ändern. Das Problem habe ich ja auch gerade bei, äh, bei meiner Any Legacy. Und man kann das sogar selber einstellen. Ich meine, im Deutschen ist das halt ein bisschen schwieriger, zumindest mit dem They, Them. Also ich weiß, dass es da auch Äquivalente zu gibt. Aber wie krass einfach. Oh, ich kann nicht mehr. Wir können hier sogar einstellen, wie Kim jetzt eben romantische Attraktivität wahrnimmt. Und ich weiß auch, dass man auch die sexuelle Attraktivität einstellen kann. Also man kann wirklich alles einstellen. Alles. Jetzt können wir einstellen, dass Kim sich eben zu femininen Sims hingezogen fühlt, zu maskulinen Sims hingezogen fühlt, bi-romantisch ist, pan-romantisch ist, oder dass Kim sich noch nicht sicher ist. Wie? Kim ist sich noch nicht sicher. Kim ist sich noch nicht sicher. Genau. Und dann können wir noch die sexuelle Attraktivität. Nennen wir das Attraction? Also Attraction und Attraktivität das Gleiche? Ja, machen wir mal. Oh, wir können sogar so einen Crush hinzufügen. Das finde ich halt auch sehr geil. Ja, für Raoul. Das ist auch richtig cool. Eben für meine Geschichten, die ich immer so erzähle. Also vor allem, das finde ich halt nicht mal nur für, wenn wir jetzt einen queeren Sim haben, sondern halt auch einfach, ne, wenn man einen Crush erstellen möchte. Also weil das ja im Base Game jetzt eher schwierig ist. Das ist halt auch ein sehr, sehr cooles Feature. Make changes for any Sim. Das heißt, man kann auch die Orientierung von anderen Sims einstellen. Und hier können wir nochmal alles sehen. Also die Identität, die Orientierung, also die sexuelle Orientierung, die romantische Orientierung. Heidewitzka. Und ich glaube, dass wir das dann auch, genau, wir sehen das auch als Merkmale dann, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und jetzt will ich aber mal kurz sehen, was heißt denn Ponder? Etwas überdenken bedeutet das. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch in dem Zusammenhang. Oh mein Gott. Das bedeutet, dass der Sim eben seine ganze sexuelle Orientierung oder romantische Orientierung und Identität und sowas überdenkt. Oh mein Gott. Und dann können wir das selber einstellen, also selber aussuchen. Wir können das Spiel entscheiden lassen oder halt es doch wieder abbrechen. Oh mein Gott. I love it. I love it. I love it. Es ist sowas von großartig. Vor allem, wenn man halt wirklich einfach mal eine Geschichte erstellen lassen möchte. Also, dass man das nicht selber entscheidet, sondern, ne, dass das Spiel das quasi entscheidet und man dann halt the go with the flow. Ah, fantastisch. So, aber das war natürlich auch eigentlich nicht das, was ich angucken wollte. Aber das ist alles so fantastisch. Okay, und jetzt will ich mal was probieren, weil ich glaube, jetzt gerade ist sie weiblich eingestellt. Und ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf Male Trans drücke. Weil ich glaube, also ich habe gesehen auf der Webseite, dass man dann auch sowas einstellen kann, dass sich eben verschiedene körperliche Merkmale äußern, dass man dann eben so eine Geschichte erzählen kann quasi, als wenn der Sim dann eben Hormone zu sich nimmt oder sowas. Oder dann auch geschlechtsangleichende OPs hat und sowas. Guckt mal! In the closet... Oh mein Gott. Okay, beruhig dich, Nina. Wir können jetzt den Status auch einstellen. Also, wie Kim eben damit umgeht. Wir können sagen, in the closet, also nicht geoutet. Das nur der innerste Circle quasi, der innerste Kreis davon Bescheid weiß, halt geoutet. Und halt so lautstark, das nach außen schreit quasi so, wie so ein Markenbotschafter nur halt für LGBTQIA+. Das war richtig! Oh mein Gott, ich bin so gut. Naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber richtig, richtig cool. Wir machen da jetzt einfach mal discreetly out. Ich meine, wir haben jetzt hier keine Liebsten, weil Kim ist hier ganz allein. Aber hier steht jetzt, Kim has come out to friends and family, but Kim still prefers to keep things toned down. Okay. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen so ein Geheimnis. Süß. Seht ihr? Gender Affirmation and Transition Decisions. Oh mein Gott. Und dann kann man medizinische Prozeduren auswählen und nicht medizinisch? Was kommt hier? Ich kann nicht mehr. Also ich wusste, dass diese Mod detailliert ist. Aber das ist next level. Wir können jetzt einstellen, dass Kim eben so Chestbein das trägt, zum Walk-Style-Training geht. Also dass halt der Gang quasi verändert wird. Dass die Pronomen verändert werden. Wir können den Namen ändern. Also das können wir natürlich auch alles in-game machen. Aber so hat das halt auch alles Auswirkungen im Spiel. Das heißt, wir kriegen dann Stimmungen dazu. Und es werden Merkmale von dem Sim und so weiter. Und das ist das, was ich so geil finde. Und wir können einstellen, dass Kim sich jetzt eben anders kleidet. Also von Femme to Mask. Und bei Medical, da können wir die Bottom-Surgery einstellen. Wir können eine Hormontherapie einstellen. Und die Top-Surgery. Oh mein Gott. Can I do that before having any... Ey, da ist ja alles durchdacht. Das heißt, Kim muss erst eine Hormontherapie anfangen, bevor man die Bottom-Surgery, also die geschlechtsangleichende Operation durchführen kann. Ich bin schock, Leute. Ja, machen wir. Let's go. Oh. Und dann... Ach so. Ah. Ach so. Kim geht da jetzt hin. Und dann können wir nämlich auch gleich irgendwas noch einstellen mit der Stimme und sowas. Sind da jetzt Stimmungen? Hormontherapie started. Kim hat started Hormontherapie. Hier steht jetzt, dass es noch zu früh ist, um halt irgendwelche Veränderungen festzustellen. Decide to come out publicly on social media. Better to come out to family and partners in person first. Leute, ich wollte hier ein schnelles Video drüber machen. Ich dachte so, ach, ich zeige euch so eine kleine süße Mod. Okay, ich mache jetzt mal die Top-Surgery, weil ich wissen möchte, was dann passiert. Oh mein Gott. Und hier steht jetzt einfach, dass Kim gerade halt narkotisiert ist. Oh, das kann ich mehr. Ich kann nicht mehr. Ach Gottchen. Okay, die OP war erfolgreich. Und jetzt bekommen wir ein Pop-Up, dass wir im Create-A-Sim zum Beispiel die Schwimmkleidung verändern können. Ich bin wirklich, ich, es wurde ja wirklich an alles gedacht. Das Spiel hat Kim jetzt automatisch zu männlich geändert. Das ist ja wirklich exakt das, was ich gebraucht habe. Da sind sogar, oh mein Gott, es gibt sogar Narben. Und guck mal, die Kleidung ist aber noch als weiblich gekennzeichnet. Und ich glaube, wir müssen dann halt, da, wo ich gerade draufgedrückt habe mit dem Non-Medical, da müssen wir dann halt draufdrücken, dass Kim sich jetzt quasi dazu entscheidet, sich männlich zu kleiden. Das muss ich ausprobieren. Und guck mal, Kim hat hier sogar auch Schmerzen. Also nicht, dass das toll ist, aber ihr wisst, ich stehe auf Realismus. Och, was ist das? Und hier steht sogar, Herr Top-Surgery. Hammer. So, ich meinte nämlich das hier, dass wir, wenn wir jetzt hier draufdrücken, dass dann wahrscheinlich im Create-A-Sim die Sachen, also der Filter auf männlich steht. Okay, ich gehe mal in den Create-A-Sim. Ja. Ich kenne nicht mehr. Oh mein Gott. Ich bin hier nun weg, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber das ist ja so geil. Also ihr wisst ja, ich liebe sowieso die Mods von Lumpinu, ne? Also auch die Relationship- und Pregnancy-Overhaul-Mod ist ja, glaube ich, auch von ihr. Aber das ist einfach, das hilft mir bei meinen Storytelling-Geschichten so sehr, weil das halt, wie gesagt, einfach auch einen Einfluss aufs Gameplay hat, dass die Sims dann happy sind, wenn sie sich eben für so eine Entscheidung entschieden haben oder, ne, dass sie vielleicht unsicher sind, dass sie traurig sind, weil sie sich noch nicht geoutet haben oder was weiß ich. Es ist so toll. Ich möchte jetzt mal noch mit jemandem sprechen. Hallo? Sind hier irgendwelche Menschen? Und wir brechen mal hier ein. Nein, nicht ein... Es war ein Joke. Entschuldigung, es war nur ein Witz. Ich möchte nicht einbrechen. Es war nur ein Joke. Es war ein Joke. Nee, nee, es war ein Joke. Das hat kurz eine andere Wendung genommen hier. Wir gehen einfach hier draußen und suchen Leute. Wir gehen hier draußen und suchen Leute, Leute. Wisst ihr Bescheid. So, hallo. Tee. Uh, wer bist denn du? Uh, Kiyoshi. Hi. Entschuldigung. Ich möchte sehen, wir können direkt nach den Pronomen fragen. Das ist einfach nur fantastico. Ich will mal ganz kurz schauen, wenn wir Tee jetzt mehr Freundschaft geben, sagen wir mal 70, was wir dann für Optionen bekommen. Wir können, oh mein Gott, von der OP erzählen. Das ist ja so süß. Und wir können eben dann auch nach der Identität und so fragen. Und wir können über die Hormontherapie erzählen. Ach Gottchen. Wir können hier mal einfach nach Tee's Orientierung fragen. To be honest, I'm not quite sure about that yet. Süß. Okay, dann erzählen wir mal von unserer OP und dann kriegen wir eine, das habe ich mir schon gedacht, kriegen wir eine Emotion, und das Tee eben uns dabei unterstützt hat. Das war ja bei dieser Mod, die ich damals hatte, auch so, dass die Sims dann quasi eine Sauer werden konnten oder den Sim unterstützen konnten und so weiter und so fort. Ach Gott, ist das toll. Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Und wie gesagt, es ist einfach perfekt für meine Any Legacy. Und ich freue mich da jetzt schon so sehr drauf, das in dieser Challenge zu spielen. Also wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, schaut euch gerne die Any Legacy an. und da benutzen wir dann diese Mod, um die Geschichte von Raid zu erzählen. Da freue ich mich riesig. Und schreibt mir gerne, ob ihr diese Mod schon kanntet, ob ihr sie schon runtergeladen habt oder ob ihr jetzt sagt, ey, ich brauche diese Mod. Wenn ihr noch weitere super coole Mods habt, die, wo ihr denkt, ey, das hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit, schreibt die super, super gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir die gerne auch an und stelle sie euch auch gerne vor. Und vor allem auch im Hinblick auf unser Temptation Island Let's Play. Ich will ja so ein kleines Temptation Island Let's Play machen, was so über 10 Folgen geht oder sowas, wie das bei Love Island war. Und ja, da sind natürlich auch Spicy Mods erwünscht. Deswegen, falls ihr da was habt, nicht Wicked Whims bitte. Da habe ich immer noch einen Traum davon. Aber ansonsten bin ich da sehr offen für alles. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Diese kleine Review von der Mod. I love it. Ich liebe es. Wie gesagt, wenn jemand Lust hat, die Mods zu übersetzen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dass ihr das gemacht habt. Dann schauen wir, dass wir den Link in die Infobox bekommen. Ach so, was ich noch sagen möchte, falls ich in diesem Video irgendwas Falsches gesagt habe oder irgendwie nicht richtig informiert bin oder sowas, können wir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich bitte euch respektvoll zu bleiben. Ich weiß, dass es ein super sensibles Thema ist und ich versuche auch immer dazu zu lernen. Aber manchmal drückt man sich ja dann doch ein bisschen anders aus, als man das gerne möchte beziehungsweise weiß manche Dinge einfach nicht. Deswegen, immer freundlich und höflich bleiben, auch untereinander. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren, wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Wieder bis dann. Tschüssi. Mua.